Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Q&A Video. Ich möchte heute mal wieder ein paar eurer Fragen beantworten. Und zwar geht es um Intels neue Z490-Plattform, um die neuen Comet Lake S-Prozessoren und alles, was da so mit zusammenhängt. Das ist keine gesponserte Ausgabe oder so, also Intel hat da nichts mit zu tun. Mir ist aber aufgefallen, dass da echt sehr, sehr viele, teilweise auch sehr simple Fragen aufkommen. Und darum habe ich mir gedacht, machen wir halt hier heute einfach mal so ein bisschen diese kleine Spezialausgabe. Wenn euch das Ganze gefällt, können wir das gerne auch für zukünftige Releases machen, wenn AMD was Neues rausbringt, wenn Nvidia was Neues rausbringt, was auch immer. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach. Nach dem Intro und einem kurzen Spot. Viel Spaß dabei! Das heutige Video wird mal wieder von meinem Partner Lizengo unterstützt, dem größten Online-Shop für neue Software in Europa. Hier gibt es Produktschlüssel für zum Beispiel Windows 10, Microsoft Office, verschiedene Antivirus- oder Multimedia-Programme und auch Anwendungen aus dem Server-Bereich. Diesen Monat gibt es bei Lizengo ein richtig cooles Angebot. Und zwar bekommt ihr bei insgesamt 5 Bundles für nur 2 Euro das Antiviren-Programm BullGuard Internet Security 2020 dazu. Es gibt das Bundle mit 4 verschiedenen Office-Versionen, aber auch mit Windows 10 Pro. Mit dem Gutscheincode BullITRate könnt ihr weitere 10% sparen und somit lohnt sich das Angebot echt richtig. Davon abgesehen gilt mein üblicher Gutschein, ITRate.de 10, auf alle Microsoft-Produkte außer Office 365, aber natürlich auch. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung, checkt das Ganze also auf jeden Fall mal ab. Die erste Frage kommt von Twitch-Meister Alcorex und der möchte wissen, warum interessiert dich Z490 und die 10. Generation so? Intel mit 14 Nanometer, plus, 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 plus und so weiter und so fort, ist doch nichts. Also im Endeffekt muss ich Sachen ja testen, um rauszufinden, ob die was sind oder nicht. Also ob die gut sind oder schlecht sind. Ohne Test funktioniert das nicht. Und davon abgesehen behandeln wir hier auf dem Kanal ja eigentlich alle neuen Produkte. Vor allem die größeren Sachen wie neue CPUs, neue Grafikkarten. Und das tun wir eigentlich sowohl bei Intel als auch bei AMD, als auch bei Nvidia und auch bei vielen anderen Herstellern. Und ich finde es da nicht nur persönlich interessant zu schauen, okay, wie gut ist jetzt ein neues Produkt, sondern ich finde es auch irgendwo nur fair den Herstellern gegenüber, euch gegenüber und so weiter, wenn wir immer alle Seiten beleuchten. Wenn also was Großes Neues rauskommt, schauen wir uns das Ganze an. Ja, ich denke, eigentlich nachvollziehbar. Weiter geht es mit der Frage von Madin. Ja, was soll man dazu sagen? Finde ich natürlich nicht gut. Intel hat schon wieder einen neuen Sockel eingesetzt. Ich habe es in meinem Video zum i5-10600K auch schon gesagt, was ich so davon halte. Das verlinke ich euch gerne nochmal da oben beim kleinen i. Für euch als Kunden ist es natürlich einfach unschön, weil es eben die Upgrade-Fähigkeit oder die Zukunftssicherheit deutlich einschränkt. Bei AMD ist man da aus der Sicht auf jeden Fall so ein bisschen besser aufgestellt, gar keine Frage. Ich frage mich aber dennoch, ganz neutral, wie oft wechselt ihr eine CPU? Also was ist euer typischer Upgrade-Zyklus für eine CPU? Sind das zwei Jahre, sind das drei, vier, mehr, was auch immer? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich auch eine Abstimmung da oben machen. Die Funktion wird bald abgeschafft, weil die irgendwie nicht genutzt wird, keine Ahnung. Aber ich glaube, es geht noch, dann mache ich da eine Abstimmung rein. Ansonsten schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie oft ihr eure CPU überhaupt upgradet. Es geht nochmal um den neuen Sockel. Und zwar möchte Timonzi wissen, könnte man den Sockel so umbauen, dass alte CPUs auf den neuen Mainboards laufen? Ich würde sagen, ganz klar nein. Und zwar, weil sich nicht nur das Pin-Layout geändert hat, sondern auch die Aussparungen quasi seitlich an der CPU, beziehungsweise seitlich am Sockel. Ich blende euch hier mal kurz ein Bild ein. Und somit müsste man da, glaube ich, schon sehr, sehr viel rumbasteln, um das hinzubekommen. Und ich denke mal, da ist die CPU dann eher tot, beziehungsweise man macht eher was kaputt, als dass man das hinbekommt. Die nächste Frage wurde wirklich extrem häufig gestellt. Ist es sicher, dass alle Kühler Luft und Wasser mit LGA 1151 Support auf 1200 passen? Und ja, zum Glück ist das der Fall. Sonst würde das alles wieder super kompliziert mit den ganzen blöden Halterungen. Also man kann jeden Kühler, der 1151 kompatibel ist oder 1151 V2, wie auch immer, da gibt es ja auch keinen Unterschied, den kann man auch auf 1200 nutzen. Das heißt, da braucht ihr euch keinen Stress machen. Was ich auch oft in dem Zusammenhang gefragt wurde, wenn ihr zum Beispiel irgendwo bei irgendeinem Shop guckt, bei Mindfactory, bei Case King, was auch immer, da steht 1200 bei ganz, ganz vielen Produkten noch gar nicht bei, weil das halt jetzt erst alles nach und nach geupdatet wird. Also solange da 1151 bei steht, seid ihr auf der sicheren Seite. Weiter geht's mit der Frage von Notmo. Gibt es jetzt auch wie bei AMD X570 einen Chipsatzkühler? Also was er meint, ist garantiert der Lüfter, der bei den meisten X570-Boards eben zur Kühlung des Chipsatz nötig ist oder zum Einsatz kommt. Und das ist bei Z490 nicht der Fall. Ich glaube, es gibt kein einziges Z490-Board, was dort eben einen Lüfter verbaut hat. Alles ist passiv gekühlt. Und ja, das finde ich natürlich auch sehr, sehr gut. Die nächste Frage kommt von Kilian. Und der möchte wissen, wie viel GHz schaffst du zu übertakten? Also da muss man jetzt natürlich erstmal so ein bisschen differenzieren. Der 10600K schafft bei mir 5 GHz auf allen Kernen. Das ist eine ganz akzeptable Steigerung, aber auch nichts super krasses. Und der 10900K, der war bei 5,1 GHz mit einer AIO leider im Temperaturlimit. Also da ging nicht mehr. Und mit dem Waterforce Board schaffe ich jetzt allerdings 5,2 GHz auf allen Kernen. Das ist natürlich schon eine ganz nette Steigerung für so eine 10-Kern-CPU. Und entsprechend vernünftig sieht dann auch die Leistung aus. Also ja, das hat mir dann doch schon ganz gut gefallen. An der Stelle ein kurzer Exkurs hier zu meinem Testbench. Da sitzt gerade das Z490 Aorus Waterforce drauf. So sieht das dann im Betrieb aus. Und natürlich ist der 10900K unter diesem Monoblock. Ich habe hier eine kleine Custom-Wasserkühlung mit so einem Kit von EK Waterblocks gebaut. Finde ich eigentlich auch ziemlich schick. Und wenn wir dann mal hier rüber schauen, wie gesagt, die CPU ist auf 5,2 GHz übertaktet. Dann sehen wir 2830 Punkte Multicore und 226 Punkte im Single-Core bei Cinebench R20. Das ist schon wirklich vernünftig. So ein bisschen daran angeknüpft direkt die Frage, wie ist die Wärmeentwicklung der neuen CPUs? Also im Auslieferungszustand ohne Übertaktung und so weiter kann man da eigentlich nicht meckern. Die Ergebnisse sind positiv, niedriger als zum Beispiel bei der Vorgängergeneration. Und vor allem der i5 hat mich sehr überrascht. Also da habe ich mit einer 240er AIO nicht einmal die 60 Grad gesehen. Beim Gaming sowieso nicht. Da sind es noch ein paar Grad weniger. Aber auch bei wirklich stressigen Anwendungen habe ich meistens immer nur so 55 bis 58 Grad gehabt. Das ist wirklich, wirklich gut. Und der 10900K liegt auch ziemlich im Rahmen. Aber, und das ist das große Aber und deswegen auch die Verküpfung zur Frage davor, wenn man die CPUs übertaktet, dann explodiert die Leistungsaufnahme und die Temperaturentwicklung förmlich. Also man muss wirklich gut abwägen, ob sich das lohnt. Apropos Lohnen. Lohnt sich denn ein Upgrade, wenn man einen i9-9900K hat? Fragt Kilian. Schon wieder ein Kilian. Und da muss man ganz klar sagen, in der Regel überhaupt nicht. Das war allerdings auch schon immer so. Also wer wirklich erwartet, dass die Nachfolgergeneration das aktuelle Flaggschiff in Grund und Boden stampft, der erwartet meistens ein bisschen zu viel. Also im Normalfall konnte man schon immer sagen, wenn man ein aktuelles High-End-Produkt hat und dann kommt die Nachfolgeserie heraus, lohnt sich ein Upgrade in aller Regel überhaupt gar nicht. Ist nur rausgeschmissenes Geld. Und das gleiche gilt für die nächste Frage. Lohnt sich deiner Meinung nach ein Wechsel von Z390 auf Z490? Im Normalfall ebenfalls nicht. Also es hängt immer so ein bisschen von den Umständen ab. Was macht ihr mit dem System? Was habt ihr da genau für Hardware? Aber normalerweise würde ich euch da keinen Wechsel empfehlen. Auch als ob die jetzt da drüben wieder mit der Baustelle anfangen, man. Auf einen f***ten Samstag. Ist nicht deren Ernst. Und damit kommen wir zur letzten Frage von Rexo Music. Sind die neuen CPUs mit macOS kompatibel? Sprich kann man mit Z490 und einer CPU der 10. Generation einen Hackintosh bauen? Ich war da so ein bisschen von Anfang an dabei. Wir haben nämlich versucht, den ersten Z490 Hackintosh der Welt, sage ich jetzt einfach mal, zu bauen. Da hatte ich hier den Alex aus dem Deutschen Hackintosh Forum zu Gast und wir haben da so ein bisschen rumprobiert, weil er mir sowieso bei meinem Hackintosh geholfen hatte. Und ja, das lief am Anfang nicht so gut. Mittlerweile gibt es aber entsprechende Lösungen dafür. Das heißt, man kann einen Z490 Hackintosh bauen. Und ja, ich würde sagen, dass wir das auch auf jeden Fall noch machen. Damit sind wir jetzt aber erstmal am Ende von diesem Video angekommen. Schreibt mir bitte ganz, ganz viele weitere Fragen in die Kommentare. Entweder hierzu oder ganz allgemein gehalten, wie ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.